Der stirbt so, hier der wird er Könnte sein, muss aber nicht sein Ich vermute eher die wollte, oh da kommen sie, da kommen sie, da kommen sie Warte mal, mein Stun ist wohl die... Scheiße, ich komm hier ran Oh da 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 Pan hier, löst das... Komm, schönes Ding, push du Wissen die, ich sehe immer die Todesanimationen von der gar nicht, die sind einfach weg Oh, das fehlt Push so weiter, kommst, ich push oben Oder wollen wir Nashor machen, schnell Doch, lass Nashor machen Nee Warte, warte, ich komm mal hoch und dann... Schau, schauen wir den zu zweit Schauen wir den, schau Er hat doch vorher ein bisschen was aus Los, 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 los Sobald die tot sind Toll den Nur zu früh Los, du zuerst Nach oben Nach oben, Manny können wir das immer noch zurückziehen Nach oben, Manny können wir das immer noch zurückziehen Na Na Komm da Die werden eh... scherben Die werden die irgendwie übereilt Oh, was machen die denn da? Diese Vollpfosten Oh, jetzt machen wir noch fertig Weg, weg, weg Komm schon, komm schon Jawohl Oh, jetzt sind sie da gucken gegangen Oh, die da oben sterben gleich Da sind sie alle, na jetzt sterben sie alle Idioten Kann ich nicht mehr sagen Oh, ah, 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 komm zu mir Hier Oh, der Pantheon schubt jetzt ganz schön viel, muss ich sagen Also, krieg's denn? Hab ihr mein während, Tibber? Schön Oben, 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 Rumble Nice one Wer hat einen Gegner getötet? Wer hat einen Gegner getötet? Wer hat einen Gegner getötet? Ich weiß nicht 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 Ich muss euch warnen, ich hab kein Mana mehr, das heißt ich muss jetzt fliehen Achja, gut dann Geh lass zurück Oben, 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 na ne, lass zurück Das sind kleine Schritte aber wir kommen vorwärts Hehehehe Naja, wie viel Weselig. Wenn die auch mal in richten Klammer setzen, dann sind die auch ganz schnell bei uns drin. Sooo... Das was ich jetzt noch für ein fettes Ding hier hole. Hier eben auf Max Schaden hier. Na ja, mein dummer Bär macht immerhin schon. Tausend Schaden beim Zaubern, und dann halt noch es wenig wenn und drauf zuschlägen. Das schön mal nicht schlecht. Ich hab's vergessen, mal einen Zauber zu pushen. Los. Ich hab's schon die sollten mal aufgeben. Mal wieder, ja. Ich hab's ja auch einen Top Gear aus AFK. Alter, warst du das oder war ich das, der grad die so ziemlich 90% des Lebens abgezogen hat? Boah, drauf da. Ja. Wie wir das noch gewonnen haben, ich find das Überragende. Na, jetzt ist es vorbei. Ja, ich oben. Ihr seid meine Helden. Achtung, da kommt Pantheon. Was? Du auch. Ja, da geht Pantheon. Markiert denn da grad noch den letzten Turm? Du? Mach ich zwei Mal cool, ist der Inhibitor kaputt. Sehr schön. Ah, das war wirklich für das Spiel, muss ich sagen. Ja. Ja.